10. Was darf man eigentlich mit 10? Du darfst schon seit vielen Jahren mit deinem Taschengeld Sachen kaufen und dein Taschengeld sollte laut Empfehlungen zwischen 16 und 18 Euro betragen. Du bist ab jetzt für Schäden, die du verursacht hast, selbstverantwortlich, sofern du die erforderliche Einsichtsfähigkeit hast. Du darfst alleine ins Kino gehen und zwar bis 20 Uhr und mit Begleitung der Eltern sogar noch länger. Du darfst und solltest als Fahrradfahrer Radwege benutzen. Und wenn das bei dir mit dem Taschengeld nicht so ist, dann sei nicht traurig. Wichtiger ist, dass deine Eltern dich lieben und Zeit für dich haben, aber es ist gut zu wissen, wie ist das eigentlich ab?